ich habe die neue Granate ja ich auch schön gemacht der Obama oh ich habe glaube ich gerade Rapptiere 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 Schade, dass du nicht hier bist Ich meine nur Ich kann die aufgaben benutzen denn nicht bei der Canal ja mein gib ihm ja am besten ich kann eigentlich kann jeder damit umgehen ja ich kann Aufruf und ne nicht Lukas luka schießt gegen die wand und kennt sich damit selbst oder mir ich bin direkt hinter dir hey lukas ich hab'n trick auf dich die haftgranate und du rennst zum gegner was verdammt ja wenn du ihn anheftest und er dich killt nein der geht der kippen den gegner ich weiß aber er kann dir auch zu dir laufen und dich damit töten also ich würde es bei lukas am besten nicht machen da weiß man immer nicht hier lukas werbstehen wir müssen erstmal zum gegner hin wo ist er? hier medikid medikid wo ist der gegner? hier ich hab'n medikid ich hab'n noch ne Reptire ey bin ich mal bei dir man da, tut mir leid ich hab'n noch ne Reptire nein hast du nicht hab' ich ich hab' jetzt tut mir leid ich hab' auch rocket launcher warum waren bei lootleg zwei rocket launchers dafür haben wir zwei raketenwerfer haaa Gänzt du, ich hab' drei Schildtränke vier sogar vier Schildtränke hab' ich einfach rippen Lukas ja ja vier Schildtränke ja ich esse gleich doch noch nen Zug rippen Lukas rippen Lukas rippen erst mal der Erdschüss wird man kann und wird geschlagen hat er bringt die rebe auch nicht viel in die glas ich weiß ich habe ihn gesehen aber ich vor mir ganzes reihe aus gott okay wird geschnallt ripp 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 get rekt dreierteam hat ein dreierteam zerstört er holt mich mal so hoch ich gebe euch dann den rocket launcher muss so oft wieso ich werde hat ich hab nicht mehr viel leben das wäre ich jetzt schön bei euch ich krieg nur schlecht ripp immer noch ripp ripp Lukas wie Nolan, wieso nur? Nolan hat gesagt ich hab Railing gesagt ripp, ripp, äh Niklas du warst nimmer Railing, du warst Container ja ich bin aber neben Railing und dann wär ich Railing gegangen, weil du dahin gegangen bist ripp, ripp, äh, 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 Kilian Kilian, Kilian, ungel ripp, Kilian Kilian, ungel nein, ripp, Niklas warum Niklas ist immer gestorben, aber niemanden juckt das ach, und bei mir hat's gejuckt oder was hm soll ich dabei Raketenwerfer spielen? Nee, hab so wenig Schuss dafür oder 8 ja, das reicht nicht ach wie du baust einfach du baust so schnell und ne Ska ja moin hä, man hebt die Mini das automatisch auf wenn man schon welche hat ja moin ja moin, er kriegt direkt Ska und Rocket Launch hat er wenn er jetzt auch die neue Pamp hat, dann ist oh, da war grad jemand, ne da war grad jemand ey, ich dachte, du hättest ihn gesehen, man dachte ich auch da ist noch einer ach nee denkst du den hätte ich jetzt wirklich nicht gesehen? ne bin ich mir nicht so sicher er baut einfach ab ein Headshot einfach ein Squad Rocket er baut auch einfach ab ich weiß nicht ich weiß nicht sie ist auch das beste für Glück ja, Nolan holt es mal wieder high ground wahrscheinlich hast du ihn? hast du ihn? nein er lebt noch hä, wie hat der denn soviel gehabt? nein es sind zwei siehst du auch unten es sind die krebs noch nah natürlich müssen sich direkt ein habe keine materialien ich hatte richtig viele okay ich bin er teil gewonnen außer springt jetzt runter für die pump und taktische ist auch so ich mache rekord 20 leute noch ich kann die rekord machen naja weiß ich nicht naja dein kill der rekord war aber doch 23 oder so das leben ja noch 19 stimmt ja ich kann 29 kippen machen was ich nicht glaube so ja ich auch nicht aber hier wird entscheidend jemand weg geschnippt nö den haben wir geholt das war den haben wir so und den habe ich doch niedergestreckt das ist auch ein das ist auch ein kill ja ich bin mit ein auch er hat ein Kind ich hatte ein mit dem Headshot Sniper rpg ist halt so ok ja damit wurde ich das schicken glaube ich nicht ja er kann aber gucken wo die saun ist ich hoffe es gibt bald autos oder ich hoffe es gibt diese einkaufswagen die man fahren kann aber dann könnten sie direkt endlich autos raus autos sind ja viel zu schnell ein kopfwagen nicht ja es hat sich ja in der hand schief ist das hat sich im papi die überfahrende einfach es gibt die kannst du so leicht ist einfach nur mit dem auto machen das ist auch die p rente tippen es ist wenn wenn als frau denn es ist nun muss ich er muss sie wenn er nicht aufwendet wenn ich wenn ihr schuld als wenn ich das es wird wenn ich schulden nur land am besten schießt einfach alle sachen die er hatte leer warte nein so und er geht doch 15 ja ich kann noch keine machen so lange zehn gegner noch nehmen 12 13 gegner noch leben ja ich hätte sich aber aus man muss so shotgun close entfernung jammer du der wasser headshot so drei leute auf einmal mit einem schuss er ist aber ich sehe noch 13 leute genau 13 schafft ich glaube ich nicht nur was das ist jetzt los du kannst es nicht mehr als da das war ein von nun an die die es am besten er geht an er hat die bis jetzt los genau und du bist es jetzt los nun ja wenn man also was ich zeig mir gleich den neuen und der erste ist nicht leise in der abner treuern ich habe was macht mich auch so machst du 16 Uhr feierabend nee weißt du warum 17 Uhr feierabend er kann man leider nicht abbauen aber ich höre eigentlich das ist unter unter dem Poolbecken nein ich lebe ich kann noch ah mein Kehreku kann ich nicht mehr machen das ist raptier ich dachte das wäre raptier gewesen wäre nice gewesen doch ich lebe noch 13 Leute kannst du noch machen nein ich lebe noch 12 hallo minus 1 ja stimmt 23 ja Mist kann sein Kehreku nicht knacken aber ich kann genauso viele Kids machen wie mein Kehreku das ich nicht schätze jetzt nicht mehr ja ich kann eine Kill weniger machen komm ich push die auf close bin ich nicht mehr aber hättest du jetzt egal welche Sniper ne oh als ob die dich gesehen haben wir bitte null Hits das war eigentlich voll drauf ich hatte das ich hatte das eben hier das ist einfach so random ist ne die Schüsse sind einfach so hä die sind nicht mehr random die sind nicht mehr random ja der erste Schuss nicht mehr aber die meisten sind wo war der dumm die mal ähm also der erste Schuss wenn du stehen bleibst und so der ist nicht mehr random das stimmt aber sonst ist er noch random leider ja das macht es aber auch so besonders das stimmt das ist einfach random ist nein nein als ob wenn du wenn du das jetzt noch überlebst ne 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 oh mein Gott ich stell dir vor das hätte das mit Raketwerfer gemacht ich hoffen will ich stell dir vor das hätte man mit Raketwerfer gemacht aber ausgelockt er kann das machen aber er ist jetzt da drin glaube ich ja der ist da drin er fällt der Gehirn oh hä wie hat der das überlebt 30 Kills ey Nolan die Frage ist wie hab ich das überlebt stimmt so hol mal bitte einen Win dann hab ich schon zwei Wins heute ne schon wieder so ein Win wo ich und Niklas auch dabei sind ich bin aber schon wieder tot naja was weiß wenn wir was ich hätte gerne ne Pump gehabt oh mein Gott da sind zwei RIP das ist echt richtig RIP und du hast nicht medklin benutzt ja beim Ben hä äh wer hast du zwei geklzt einen ausgenockten und ah ok hab sie hast du grad zwei geklzt oh mein Gott da liegt noch ein Trampon alles alles mögliche ich wette du hast 999 Holz hier hab ich schon lange du hast wahrscheinlich auch voll ähm Dingsmon Sturmgewärmung ja 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 sonst hättest du es da aufheben können es leben nur noch zwei und du holst wahrscheinlich noch den Wind und nütz nein ja das kann ich nicht mitnehmen 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 ja das kann ich nicht okay wäre das besser bist du da keine Falle da danke u2 trampos das ist doch jetzt sicher schon 3 0 2 warte und die letzten zwei Gegner aber ich kann keine 20 Geld mehr machen das ist belastend ja schade das ist so belastend die Frage ob das Noobs sind weil dann könntest du sie trollen ah ich will so gut machen zu tun ja ist doch gut okay da wurde gerade gebaut was war das für ein Bock man keine so Noobs aber auch nicht so pros sehe ich grad aber du bist besser oh doch pros nein doch pros was war pros ich bin RIP RIP NOLAN er haut ab hätte ich auch gemacht ja hätte ich ein Jumper jetzt ein Sniper haben die es gecheckt schieß mal mein Jumper runter ja nicht dass ihr nachher hinterher kommen gell runtergeschossen perfekt da ist sie sie die Sniper das sind so gut die Spieler die Sniper geschossen nein das ist was denn ha Nola das sind keine Teammates ne der Wurkrad der eine Wurkrad angesnipt ja lass sie erstmal fighten scheiß mal auf die Kills das wird die der eine wurde gerade anders das ist ja schon 16 Kills du bist aus wie vor der gerade wie viele Clips wir heute von unserem stream hatten hä? hä? von der seite? nein von der seite ja da gesehen als ob das ja er ist so mein Gott nein ist er nicht natürlich nicht er wäre eh aber noch oh Sniper das sind Teammates das sind Teammates das sind Teammates das sind keine einzelnen Spieler der Wurk der Wurk der eine wurde aber gerade angesnipt oder irgendeiner von denen guck das sind Teammates wahrscheinlich hast hä? nö ich hab mich grad wie den Hass bekommen hast das ist ehrlich so scheiße scheiße er hat ihn gleich wieder hoch geholt nein er hat ihn nicht er hat ihn nicht ja weil du den noch geschossen hast das wäre das gute am besten direkt zu machen komm komm wer hab ich das wieder ey